so weit so gut jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen um die Oloro-Titane und die ganzen anderen Minotaurians werden dann bald aufhören ich denke wir machen das jetzt noch so 10 Minuten, deswegen ist dieser Part dann jetzt ein bisschen klopfer, aber fein weil der hat er nämlich jetzt wieder neu angesetzt hoffe ich der Benz kann ich wieder finden ein bisschen Glück habe ich ihm versagt, diesen Ort auch zu nehmen obwohl ich den gerade am spannendsten fand das habe ich irgendwie nicht in meinem Spiel noch gebraucht das war nicht so wie ich ihn haben wollte, aber ich habe was kommt denn an sich? was ist eigentlich? Tod und Zähmung Inselbewertung erhöhen Gruppenanpassung 1.0 2.0 Hier bekommt man das Cool Was gibt doch alles was Neues? Krankheiten, Memos, Krankäre, Ray Arnold, was ist denn das unter Ray Arnold, die Bilder, Simon Masrani, in einem besseren Bus, dass es nicht mehr auseinanderbricht. Sooo. Willkommen im ... ich weiß nicht, wo ... ... ich weiß nicht, wo ... Ich kann man ja nicht. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Ruiniert mal wieder den schönsten Moment. Wir müssen gucken, ob ich es bei den Farcowächen nicht habe. Das ist scheiße. Da müssen wir mal ein bisschen agieren. Die weitere Aufgabe fest. Ich glaube, wir müssen sie verstanden. Anfrage bestätigt. Kein Problem. Weil die sind nämlich... Verstand, Herr, leider nicht so. Oh nein, der ist immer tot. Der Spinosaurus hat einen getötet. Das hat man wieder auch probiert. Der Spinosaurus hat einen guten Tag. Der Spinosaurus hat einen guten Tag. Der Lauf geht im Sommer. Ob wir auch das Team der Kräuter anzusehen. Der Wohle. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Hohle Produktabholung. Das ist unsere Paricephalus-Auge. Das ist unsere Paricephalus-Auge, die wir nicht vergrößern. Das ist unsere Blatatoren-Auge. Ach so, wie es aussieht. Die Hunde sind ja so gut. Es ist begonnen. Produkt wird transportiert. Produkt wird eingesammelt. Produkt wird eingesammelt. Ich bin jetzt in der Fall. 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 Das war so großartig. Produkt unterwegs. Sammle Produkt ein. Produkt um, dass das jetzt in der Fall war. Dann mache ich hier zu Ranger. Dann machen wir hier an. Aufgabe erhalten, einherz. Dann mache ich hier zu Ranger. Wenn ich jetzt noch mit grün krümmern und hier mache ich und nachfüllen. So. Du bist so gut für die Musical. Wenn ich es mich für die Demensaurier weiß. Produkttransport wird durchgeführt. Ja. Das sind die einzige Herrschung da. ich finde sie hübsch egal was ich sage ich finde es schick mir gefallen ich freue mich hier und dann helfen die wirken wie wirken so als wirklich existente die Tiere vielleicht nicht man fällt nur sauer auf jeden Fall mit diesem Konzert jetzt wird es Zeit um sich von heute zu verabschieden es ist schon spät es ist sogar schon fast theoretisch deswegen werden wir uns einfach mal aufholen und einfach mal beim nächsten Mal wieder weitermachen bei einem neuen Part von Jurassic World Evolution ich hoffe euch hat es gefallen mir hat es auch gefallen wir haben hier diesen wunderbaren Olobotitan manche sagen es sei eine Parasaurolifoskopie da muss ich den auch widersprechen mag zwar sagen dass er mit vielen Animationen ja ähnlich sein sollte aber ich finde ja zu was eigenes ich finde hier drin noch ein Dinosaurier der jetzt rauskommt ist hat was eigenes so auch da Olobotitan also bis zum nächsten Mal bis bald und